Ich habe keine Ahnung, wo ich bin am Flughafen. Ich bin jetzt zweimal die Reutersreferung runtergefahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss ja nicht zum Parking. Herzlich willkommen zu diesem Trip Report. Und heute ist etwas ganz besonderes. Es ist meine Premiere mit einem Trip Report. So viele YouTube-Videos, die ich schon geguckt habe, und mir dachte so, wie machen die das? Und ich habe mir überlegt, ich fühle mich jedes Mal komisch, wenn ich in der Öffentlichkeit eine Kamera raushole. Und für euch mache ich heute mal genau das, was nicht in meiner Komfortzone liegt. Ich nehme euch mit nach Zürich und von Zürich nach Lanarka. Diesmal ein ganz besonderer Flug. Und zwar mit der Swiss geht es mit einer A320-200 vom BER direkt nach Zürich und morgen früh dann von Zürich nach Lanarka mit einer A340-300. Und wenn ich richtig viel Glück habe, dann kann ich euch sogar Vertrone zeigen, denn es geht in der Business Class nach Zypern. Und ich zeige euch aber heute mal so ein bisschen was vom BER. Nehmen wir euch mal mit und mal gucken, wie weit ich komme mit meiner Kamera, ohne dass ich angesprochen werde oder vielleicht was für Diskussionen oder Unterhaltungen es gibt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt hier unten gerne auf Abonnieren. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Es wird bestimmt noch einige Trip Reports geben, aber erstmal stay tuned. Und wie ihr seht 14a. Es könnte also morgen getrun werden. So, da sind wir durch den Sicherheitscheck. Das dauert bei mir mal ein bisschen länger, wie ihr gesehen habt. Ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme drauf ist. Ist das ein etwas längeres Prozesse durch die ganzen Akkus, durch die Kamera, durch die Objektive. Und ihr könnt sehen, das ist noch ein bisschen was geschlossen. Also es hat noch nicht alles wieder offen, aber es ist ein bisschen mehr als vorher. Ich bin in den letzten Monaten einiges über den BER getingelt und zeige euch jetzt meine Lieblings-Kaffee Rösterei. Die Berliner Kaffee Rösterei, die sind richtig gut. Die haben laktosefreien Kaffee, die haben laktosefreie Milch, die haben Sojamilch, alles was man braucht. Und jetzt zeige ich euch etwas, was am BER richtig geil ist. Kurz nach der Sicherheitsschleuse. An Gate B2 findet ihr, finally, die ständige Vertretung. Für jeden, der unbedingt mal bei der ständigen Vertretung ein Bierchen trinken möchte, ist das Ding einfach genial. Mittlerweile hat sie offen und der Weg zur Lounge ist ein bisschen länger mittlerweile. Also die Lufthansa hat sich ganz hinten positioniert. Ich glaube B17 ist ein bisschen Fußmarsch. Was ich aber cool finde am BER, ich zeige euch das, sind die Wände. Vor zwölf Jahren wäre das mega modern gewesen, dieses Holz mit diesen Löchern. Mittlerweile ein bisschen veraltet, aber vor zwölf Jahren wäre das super modern gewesen. Ist glaube ich mit einer der modernsten Flughaften der Welt gewesen. Ich biege mal kurz ab und ich nehme euch mal mit. Der Blick aufs Rollfeld ist am BER unglaublich genial. Ich zeige euch den mal. Ich finde den Blick immer sehr geil hier. Das heißt Dodgy Flughafen. Das Geile ist, du hast hier vorne die ganzen Swiss- und Lufthansa-Maschinen, Euro und die stehen weiter vorne an den Gates. Da hast du unglaublich geilen Blick und den hast du auf der Lounge nur ein Stück höher. da entfernt? Das ist schon�肯ge. Okay, gerade ist das La Longche ein bisschen ruhiger geworden und ich will euch mal einen Teil von La Longche zeigen, den in meinen Augen der absolute Favorite Places ist und zwar von hier hat man den geilsten Blick auf die Start- und Landebahn und schaut mal, zack. Und jetzt sagt mir mal, dass das kein kleiner Ausblick ist. Ich feiere immer wieder diesen Sitzplatz an den morgens, frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht oder abends, so wie jetzt, wenn die Sonne untergeht. Und nach der Drogen geht es dann einmal zum Futternholen. Hinten gibt es dann Happa Happa und hier ist ein bisschen lauter, hier ist Staff Corridor, also ich weiß bis heute nicht, was dahinter ist. Aber ich finde auch den Platz jetzt sehr gut, wo mein Rädchen sind, einen schönen Aufblick auf den Sonnenuntergang. Here ist das, was – da ist Hiere. Phú. Danke. Angekommen in unserem Sitz begrüßt uns als allererstes ein Welcome Drink, ein Wasser. Wir haben zusätzlich ein Reinigungstuch für die Armenlehnen und den Tisch dabei, ein Desinfektionstuch und ein Refreshening-Tuch für das Gesicht und ich muss sagen die riechen verdammt gut. In der A320-200 der Swiss ist der Sitzabstand in der Business Class okay, könnte aber ein bisschen größer sein, auf die kurze Strecke aber völlig in Ordnung. Der Tisch hat mich wiederum ein bisschen, ich sag mal frustriert, denn warum ist der dreckig, wenn das Flugzeug doch gerade gereinigt wurde. Aber gut, ich kann es ja selber sauber machen, ich habe ja ein Desinfektionstuch. Zusätzlich findet die Swiss Ledersitze in der Business Class sowie auch in der Economy Class. Der Sitzabstand zwischen den einzelnen Sitzen ist sehr angenehm und fällt groß aus. Das einzige was hier ein bisschen fragwürdig ist, ist der Abstand nach hinten, also wie weit man die Lehne nach hinten lehnen kann. Das könnte doch aus ein bisschen besser sein, aber geht für den kurzen Flug. Die Savers in der Business Class und auch in der Economy Class der Swiss sind angenehm. Wir haben hier Speisen von gesund, über Snacks, über Getränke, alkoholische Getränke, die jeder Passagier, egal ob Economy Class oder Business Class, käuflich erwerben kann. Die Zahlungsmöglichkeiten sind dabei Kreditkarte ausschließlich und Bargeld wird nicht angenommen. Was mich in der Business Class etwas geärgert hat, ist, dass ich keine Möglichkeit habe, selbst Sauerstoff zu regulieren und damit mir Frischluft zuzupusten. Wiederum auch die Sitze waren etwas in Jahre gekommen, denn es gab keine Steckdosen für USB oder Laptop-Ladeplätze. Aber das ist zu verzeihen auf einem so kurzen Flug. Untertitelung im Auftrag des Jahres So, kurz nach dem Start. Wir haben die Reiseflucht erreicht und es gleich essen. Die Tür ist ziemlich freundlich. Sie haben zu hören mit Ansagen heute mal nicht persönlich gemacht, sondern über die Monika für Sicherheitsanweise. Hinter uns ist es schon abgetrennt worden. Ich finde es schade, wenn sie abgetrennt wird, weil ich glaube, es ist ja trotzdem eine Kabine. Aber ich bin super gespannt. Wir sind mittlerweile auf 17.000 Fuß mit 800 kmh unterwegs und ich bin wirklich gespannt, was es heute zu wissen gibt. Lassen wir uns mal überraschen, weil der Service hat sich in den letzten Wochen immer sehr stark verändert, besonders indem die Suisse ihre neuen Mahlzeiten angeführt hat, die jetzt, und das finde ich sehr geil, in den kompletten Starlines für alle verfügbar sind. Also für die Lufthansa, für Euro und für Suisse, jeder kann in der Economy und Business Class daraus reden. Die Preise sind heftig, aber gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal, was es jetzt gibt. So, ich habe ja gefunden, dass es jetzt gibt. Und ich dachte mir, da ich die entdeckt habe, hole ich doch mal. Wir gucken mal gemeinsam rein, wie die sind und wie diese schmecken. Ich lege das, was ich eigentlich auch nicht. So, ich glaube, ich sage mir, dass ich auch schon mal an der Videoteksebewegung verwendet habe, wo es sich eigentlich nicht mehr sobald hat. Ich nehme mir an, aber ich glaube, dass es jetzt immer wieder zu sehen. Es geht nicht mehr, glaube ich. Und ich nehme den Entscheidungen, dass ich mich sehr gut für den Tag he Поэтому. So, ich nehme an. Das ist unser Geist。 So, ich nehme an. Und dasbauch ist ja. Das geilste ist, dass ich an diesem Flug mag, ich fliege sonst mal relativ weit, also relativ early und es ist heute ausnahmsweise mal einer der Flüge, wo ich spätabends fliege und was ich geil finde, ist quite nice, dieser Ausblick. Es gibt doch nichts geileres, als ein Sonntag an dem Flugzeug anzuschauen, der dauert einfach so ewig lange. Wenn du ihn auf dem Boden anschaust, hast du 20 Sekunden ein Foto zu machen und in der Luft hast du viel mehr Zeit, weil die Sonne langsamer untergeht. Und gerade irgendwann auch eine Flugbegleiterin hier hat sich mit ihm hingesetzt und hat schnell ein paar Fotos mit einem Smartphone gemacht, weil der Ausblick so schön ist und ich mag das einfach, im Flugzeug diesen Sonnenuntergang anzuschauen, also ich werde in Zukunft schauen, dass ich öfter spät fliege, weil Sonnenaufgang ist nice, aber Sonnenuntergang Richtung Zürich richtig genial. Von Berlin nach Zürich habe ich den Sonnenuntergang auf der rechten Seite, wenn ihr also irgendwo auf der F-Reihe sitzt, perfekt für einen super Sonnenuntergang. Dezember ist gerade 21 Uhr 20, wir sind Ende Juli, das heißt also 21 Uhr 20 ist perfekt. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein U-Bahn-Taxi wieder irgendwas bekommen, um zu diesem komischen Hotel zu kommen, was gar nicht mal so in der Nähe ist dafür, dass es ein Airport Hotel sein soll. Mal gucken, wo ich hier raus muss. Ich hasse Flughäfen, wenn sie so groß sind. Äh, Ausgang. Es gibt Flughäfen, da steht es ausgeschildert, an einigen nicht. Auch mal gucken, ob ich irgendwie Probleme bekomme mit meinem Equipment, weil ich ja in die Schweiz einreise. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Muss ich es anmelden? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich eigentlich mein Equipment anmelden muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin am Flughafen. Und ich bin jetzt zweimal die Reutzreferung runtergefahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss ja nicht zum Parking. Es gibt halt überall Parking, Train Station, Bus Station, aber ich muss nicht zu einer Train oder was? Ich will zu einem Taxi. Mal gucken, wo ich hin muss. Ich glaube, als allererstes mal raus. Aber wo geht es raus? Let's find. Auch immer so geil, wenn die Leute mal gucken. Was macht der Typ mit der Kamera da? Okay. Hast du gedacht, als wäre ich richtig? Ja, das bin ich nicht. Herr Baumann bin ich ausnahms also nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe den Ausgang gefunden. Survived. Hotel Shuttle. Ausgang. Boom. Ja, ich habe es geschafft. Ich komme aus dem Flughafen raus. Nice. Jetzt erst mal ein Taxi organisieren und dann zum Hotel. Zum Radisson. Mal gucken, wo ich hinten muss. Ich habe ja mal keine Ahnung. Also bei einem Taxi, die sind halt hier schweineteuer. So, zum Vergleich, wenn in Berlin beim Taxi fährst du bis irgendwie 30 plus 4 Autos. Hier sind es 50. Einfach nur für zwei Kilometer. Mal gucken, ob ich hier ein Taxi bekomme, was ich mir auch noch leisten kann. Damit ich alles hier am Ende arm bin. Okay, die Hand nach dem Uber-Fahrer geht los. Ich habe mir jetzt ein Uber gebucht. Ein Uber Luxury für round about 27 Schweizer Franken. Und ich muss jetzt zu Check in One. Also hier ist Abflug. Und ich muss hier hin, weil der hier draußen auf mich wartet. Und jetzt gucken wir mal, wo ich den finde. Ich werde mal auf meine App gucken. Wartet mal. Ich werde mal nicht so. Uber nutze ich nicht so oft. Aber gerade jetzt ist es natürlich mega praktisch. Ja. Ja. Zeige meinen Echtzeitstandort. Ich muss jetzt meinen Echtzeitstandort angeben. Und der Fahrer ist noch ein paar Minuten entfernt. 1,7 Kilometer. Was kommt denn hier? Ein Mercedes E220. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Mal gucken, wann der Fahrer auftaucht. Und ob ich irgendwie noch im Hotelzeiten ankomme, bevor es morgen früh ist. Schönen guten Abend. Jetzt sind wir in den Fahrstuhl angekommen. Ich habe eingecheckt ins Hotel. Jetzt geht in den vierten Stock vom Radisson... Radisson Inn? Radisson Airport Hotel? Wie heißt denn das Hotel eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gebucht, weil ich hier schon mal war. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach der 420. Helfen mir. Das ist confusing. Hier bin ich zu doof. 401 bis 447. Und dann 402 bis 448. Okay. Also wenn ich die 420 habe, dann muss ich hier rechnen. Ich finde das sehr verwirrt. Wir machen uns auf die Suche. 409, 411. Das heißt, ich bin auf der falschen Seite schon mal. Jetzt habe ich es geschafft. 415, 418, 420. 420. Sounds good. Gucken wir mal, ob wir wirklich ein Airport View haben. Angeblich habe ich eins mit Airport View. Gucken wir mal, ob wir wirklich den Airport sehen. Lass mich mal überraschen. Gucken wir mal raus. Wie wir sehen, sehen wir natürlich auch nichts um die Uhrzeit. Ja. Das sieht schon gleich klar aus. Super. Aber das ist nicht Airport? Dann muss ich mal runterlatschen. Müssen wir mal nachfragen. Ich habe extra eins mit Airport View genommen, weil ich morgen früh für euch ein paar coole Aufnahmen vom Airport machen wollte. In der Hoffnung, dass ich um die Uhrzeit das schon mal sehe. Ich muss hier unten nochmal nachfragen. Das Zimmer ist aber nice. Kamera mal abschmeißen. Ich habe es gemacht. Ich bin nochmal runtergelaufen und habe gesagt, hey Mensch, Zimmer. Der Blick irgendwie auf die Baustelle ist irgendwie nicht so nice. Ich hatte Airport View gebucht. Ist da irgendwas schief gelaufen? Sie meinte, ja, da kann irgendwas schief gelaufen sein. Wir kriegen von Booking.com gerade aktuell nicht so die ganzen Infos. Wir kriegen auch von den anderen Plattformen nicht. Ich habe dieses Hotel gebucht über Cars bei Points. Und da sammle ich Meilen. Wie das mit dem Meilen-Sammeln funktioniert, zeige ich euch gerne in meinem Online-Kurs. Und hier für dieses Hotel habe ich jetzt ca. 4000 Meilen die Nacht mitgenommen. Lag bei ungefähr 70 Euro. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, wie das Zimmer aussieht. Sorry dafür, dass es hier schon ein bisschen müllig aussieht. Die waren nämlich zwischendurch, wie ihr gesehen habt, Brille wechseln. Ich war auch bei McDonalds, habe mir noch was zu essen geholt. Schande war mein Haupt, aber ich habe halt was cooles mitgebracht. Und ich zeige euch mal so ein bisschen was vom Zimmer. Also, wir haben das Bett. Übrigens extrem weich und cozy. Ich finde das Bett extrem cool. Wir haben hier, oh, das hat die 30. Die Macrons. Big Tasty Bacon darf es sein. Dann schaue ich noch was. Und hier, das ist das. Ihr könnt es im Dunkeln halt schlecht sehen, aber vielleicht lausche ich einfach. Ansonsten, Fernseher im Zimmer, ganz nett. Das Bett ist ein bisschen größer als das andere Zimmer. Hier haben wir wieder das coole Ding, wo ich meinen Kaffee und alles habe. Dann, nice. Also das ist ein bisschen schick. Und dann kommt wieder das Gruselige. Schaut mal. Da ist es. Das Knastwaschbecken. Und last but not least. Ich preisse das mal so an. Die Sauberkugel. Die Sauberkugel, wo du gehst rein und kommst wieder raus und du bist eine andere Mensch. Nice. Ich feiere die Dinge halt irgendwie auch. Weil es auch irgendwie ein bisschen... Es ist ein bisschen cool, ne? Weiß nicht. Schreibt mir mal die Kommentare, ob ihr das cool finden wollt. Ich persönlich finde es ganz nice. Ich würde es mir jetzt zu Hause nicht hinbauen, aber irgendwas hat es. Einen wunderschönen guten Abend. Und jetzt ist es mittlerweile schon knapp nach Null, glaube ich. Es ist kurz nach Null. Ich habe die Canon gerade mal ausgepackt. Und ich habe mir gedacht, hey, ich probiere einfach mal so ein bisschen den Trip Report ein klein wenig umzuändern und creative zu sein. Und ein bisschen Tagebuch draus zu machen. Also keine Ahnung, es wird jetzt hier nichts Craziges, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich Frische vor dem Fenster habe, was ich sehr krass finde, wenn ich mir überlege, dass nicht mal ganz 200 Meter weiter der Flughafen ist und man die Frische ein bisschen drin hört. Aber mir ist heute auch aufgefallen, ich bin ja sonst immer hinter der Kamera und ich filme sonst für andere Menschen. Und heute ist etwas passiert, was ich sehr witzig fand. Ich habe gedacht, wenn ich mit dem Vlog starte und eine Kamera mitnehme, dass die Menschen komisch reagieren, dass sie zum Teil angepisst reagieren, dass sie sagen, hey, ich will nicht da drauf sein auf der Aufnahme oder mach das, lösch das, sodass ich ganz komische Reaktionen bekomme. Und die Reaktionen waren komplett anders als erwartet. Es waren so Menschen dabei, hey, du bist YouTuber? Hast du einen YouTube-Kanal? Wie heißt der Kanal? Kann ich dir folgen? Bist du bei Instagram? Also ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen, dass die Leute neugierig waren, was ich mache. Und danke für die, die heute auch als Abonnenten und Follower dazugekommen sind. Ich mache das natürlich nicht, um Follower zu gewinnen, sondern ich mache das, weil ich hier etwas für mich entdeckt habe, was zwischen meiner Arbeit im Film und im Marketing etwas ist, was Ausbrechen ist, was mal was Verrücktes ist, mal was anderes, mal selber die Sachen umsetzen, die ich vielleicht für Kunden nicht umsetzen kann, weil sie da einfach nicht passen. Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt, dabei zu schauen, dass ihr merkt, dass ich Spaß habe bei dem, was ich hier mache und dass es für euch auch was ist, wo ihr sagt, hey cool, da kann ich was für mich mitnehmen oder es vielleicht auch eine Inspiration ist, selber was zu starten. Morgen früh geht es sehr, sehr früh raus. Um 5. Um 5 muss ich rüber zum Flughafen. Es ist nicht weit, aber es wird eine kurze Nacht. Ich bin irgendwie noch nicht müde, aber ich sehe wahrscheinlich schon müde aus. Und dann geht es morgen nach Lanarka. Es geht hier von Zürich nach Lanarka. Ich habe nochmal geschaut. Es ist die A340-300 von der Edelweiß. Es ist die Business Class in einer Konfiguration von 1 zu 2 zu 1, sowie aber auch 2 zu 2 zu 2. Je nachdem, wo man sitzt. Denn dieses Flugzeug hat ein Throne. Da bin ich halt schon irgendwie auch ein bisschen gespannt drauf. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal in einem großen Flugzeug geflogen bin, was eine richtige, echt eine Business Class drin hat, was hier in Europa halt so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber die Edelweiß fliegt mit einem großen Flugzeug rüber und ich habe mir die Flugtickets gebucht. Die Tickets waren gar nicht so teuer. Im Gegensatz zu dem, was man sonst in der Business Class bezahlt. Und zum Teil sogar günstiger als die Economy. Tut mir leid. Und man muss halt nur wissen, wie man bucht. Ich bin da auch so ein bisschen stolz drauf. Und wie man das Ganze macht und so, zeige ich gerne in einem Online-Kurs. Ich arbeite gerade an einem Online-Kurs. Vielleicht zu der Zeit, wo dieses Video draußen ist. Ist ja kurz schon online. Und zwar geht es um Meilen sammeln. Wie man Meilen sammelt, durch einen Vielflieger-Status fliegt. Und warum ich das Ganze übrigens mal angefangen habe, auch ganz witzige Geschichte. Ich hatte panische Flugangst vor vielen, vielen Jahren. Und habe aus der Flugangst einen Vielflieger-Status gemacht. Und nicht nur einen. Ich glaube, mittlerweile sind es bei drei verschiedenen Airlines. Und ich liebe mittlerweile das Reisen und das Fliegen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich euch auch mitnehmen will auf diese Reise. Und mal gucken. Vielleicht gibt es ein, zwei Trip-Reports mehr. Vielleicht zeige ich ab und zu mal was mit Flugzeugen. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich ab und zu was von meinen Reisen zeige. Wenn ich zu Kunden fliege. Wenn ich privat und gewohnt fliege. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass ich euch im Alltag mitnehmen lasse. Und lasst uns gespannt sein, was auf diesem Kanal passiert. Ich versuche nicht witzig zu sein. Das würde wahrscheinlich nicht immer klappen. Einige Male werde ich wahrscheinlich schon doch eine Nummer gucken lassen, die ich selber nicht verstehe. Ja, aber wenn es euch Spaß macht. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt bitte hier unten in die Kommentare, wenn ihr sagt, es war jetzt irgendwie so ein Megaschrott und war totale Zeitverschwendung. Lasst es mich auch gerne wissen. Daumen hoch. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren. Lasst die Glocke da und verpasst ihr kein Video mehr. Ja, so typischer Standard. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen früh auf dem Weg zum Flughafen, wenn es heißt, Edelweiß, Zürich, Lanager. Bis dahin, gute Nacht. Und hier, wieder schreibt die tolden. Bis dann, gute Kate.